Hallo Leute und herzlich Willkommen in meinem neuen Let's Play. Heute spiele ich mit meinem Bruder Deroxmo44. Er ist jetzt im Kampf in einem Monster Arena Kampf. Ja, er ist im Monster Arena Kampf. Ich spiele mal selber, bis mein Bruder Deroxmo44 ist. Sonnenstrahlgewehr, beste Waffe. Der Spieler aus GTA hat einmal das Spiel gespielt. Ach so Mist. Da dran, bitte umfassend da dran. Okay, da die Waffe. Bam, 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 bam. Da dran, da dran. Na, da dran. Alter, Alter. Alter, Alter. Alone for you. Hm. Shit. So, Kopfschuss. Jetzt spiele ich auf meinen neuen Samsung. Petron. 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 Nein, ich bin noch nicht dran glauben. Nein, Petron. Nein, Petron. Kopfschuss, es ist Rache. Es ist meine Rache. Okay, Silver Bullet. Ach so, Mist. Gut. Nee. Der hat schon einen Pinguin. Oh, gut. Schleimt noch im Flügel. Geil. Und wir müssen die Kappe. Ich muss irgendwo hoch sein. Mein Bruder, der Dirac Smurfio, ist immer noch am Online-Spiel. Und wir müssen die Kappe auf dem Flügel. Und wir müssen die Kappe auf dem Flügel. Genau hier. Nimmer ist ein Kopfschuss. Rache. Nee, drei auf einmal hatte ich noch nie auf meinem alten Sony. Ach nee, rot gewinnt. Ich werde das machen. Die roten sind so stark. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hä? Nee. Nee, nee, nee. Nee. Niederlage. Minus drei Trophäen. Loll. Wieso starte ich ihn? Das ist nicht klar. Das ist nicht klar. Was ist das für eine Waffel? Alter, das ist doch. Freddy, die fährt. Nein, nein. Hier. 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 Wenn jemand hier kommt, schieße ich mit einer Granat. Was ist das eigentlich? das ist mein hund mein hund heißt sport das ist nicht die unterstürzte tötung ja ich hab's gesehen Hier! Okay, Splendermint! Nee! Splendermint macht mir meistens! Nee, boah! Danke, Kim! Nimm einmal noch! Das ist so cool! Hallo, ich bin alle glücklich! Danke, Kim! Pass auf, was du jetzt sagst! Ah, genau! Nimm das! Ausraste! Gib das mal her! Unterstützte Tötung! Wie starb ich durch 120 km? Und fahr dir auf! Der nächste Sau! Mir! Wer war das? Ah gut, der ist einer meiner Tee. Ich bin blau. Oh mein Gott! Hö? Aber, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oder du? Und die Kirchen hat die. Für die Kirchen hat die. Der, diese hier raus. Und den anderen. Aber, oder? Nächsten wieder! Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wir sind mit einer kurzen Pause wieder hier. Was passiert? Jetzt. Ich habe die ganze Zeit nur verloren, weil, naja, weil... Weil du ein Noob bist. Nein, die anderen in dem Spiel waren zu stark. Dauersapf. Und das, ihr Aliens. Ihr Freaks. Ich bin Neonaseer. Nein, 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 nein. Was hat sie diese Person? Ich weiß es nicht. Irgendwie waren... No Scope. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Petron, sie kommt. Schnapp sie dir alle. Schnapp sie dir alle. Und BOOM. Cool. Los, Petron, mach sie. Ja, gut gemacht, Petron. Das ist nur mein Bruder. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Die sind schon Mutti. Oh mein Gott. Holy, schüttel. Holy, schüttel. He va, Windja, he va, Windja, allie. Komm, Mutti. Okay, boom. Oh. Utopia. Wo? Steht drauf auf Zeit, Utopia. Ja, geil. Bum, 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 bum. Oh yeah. Komm, Petron. Du machst sie. Ja, vertrauen wir. So. Und da schau dir die Granate. Ja, schau dir die Mütter. So, Leute. Das war's für heute. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020